Hallo Leute, was geht? Euer Benni wieder am Start mit einer weiteren Folge Südhämmern auf meinem Kanal Hamburg Let's Player. Es war sorry, dass das Video so spät umkommt. Ich wollte das eigentlich gestern aufnehmen für heute, aber ich hatte gestern Abend dann auch Kopfschmerzen. Ich wollte das eigentlich machen, dann habe ich Kopfschmerzen hier gekriegt, irgendwie von der Shisha rauchen. Dann hatte ich mich hier nur hingelegt, ein bisschen entspannt und dann bin ich eingepinnt. Tut mir, tut mir nochmal sehr leid. Ja, was hatte ich als letztes überhaupt gemacht? Das muss ich erstmal selber gucken. Ich hatte die Tiere durch versorgt, ne? Hm, Tiere, genau. Ja. Was liegt eigentlich jetzt an noch? Ich muss mal gucken. Ja, Wachstumsphasen gedüngt sind alle zu 100%. Dann kann ich eigentlich... Noch ein bisschen was verkaufen, ne? Was habe ich denn noch im Lager Kirschen? Kann ich... Ich hatte doch eine Lust. Blau, glaube ich, verkaufen, ne? Kompost, kom... Zocker kann ich verkaufen. Ich fahre mal nach oben hin. Ich werde jetzt noch ein bisschen was verkaufen. Oder ich will mir überlegen, ob ich nicht hier im Forstwater mache. Nee, ich werde jetzt noch ein bisschen money machen. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ach, hier bin ich gut. Ich muss nochmal die Karte einmal einblenden, damit ich weiß, wo ich hinfahre. Dann würde ich jetzt erst mal eine Ladung... Ah, Moment. Ich kann noch... ... ... ... ... Ja, wollen wir noch kurz rein hier gucken. Hier steht auch drauf, wie viel ich überhaupt da habe noch an Kirschen in den Fabriken. Ich habe 54.000 da drin. Dann werde ich jetzt mal den Zucker verkaufen. Oh, ich bin auch richtigen Weg, geradeaus, sonst habe ich ja schon das Lager. Dann werde ich jetzt mal Zucker laden. Und ab zum Edeka. Ich mache die Zeit mal ein bisschen runter. Nicht, dass ich nachher nicht da reinkomme. Das wäre natürlich blöd. Komm. Komischerweise will er das jetzt gerade nicht anbauen. Mal drehen. Von dieser Seite rein. Ach doch. Hat gar nichts unten angezeigt. Wie? Das ist Zucker. Gut, Zucker. Mal sehen, es mal gucken. zucker edeka ok kann ich vom edeka verkaufen den zucker mal gucken wo der edeka ist heute nur noch ein bisschen verkaufen dann will ich mir noch mal einen schönen neuen träger kaufen ja ich habe die falsche aussage genommen ich hätte noch ein bisschen weiter runter fahren lassen ich glaube hier komme ich auch zum edeka ja ja und die dann fahr ich jetzt noch mal oben zur kirschform oder die und verkaufen wir mal die flamen dann gucke ich was ich mir für einen trecker leisten kann den einen den ich habe den habe ich glaube ich auch nur gemäht hat den johnny ja jetzt bin ich auf richtigen spur ja 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 echt Ja. Wer vor nichts. Mal gucken, was ich so jetzt schon für einen Trigger kaufen kann. So. Den. Knopf. So. 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 Wollen wir mal gucken, was ich noch verkaufen kann. Davon habe ich überall nicht so viel. Ich will mal gucken, ob die Mehlfabrik, die haben wir ja hinten, die Mühle, da ist noch offen. Zu. Die machen alle um 19 Uhr zu. Also heißt. Ich gehe jetzt hier in den Forst. Ah, ich muss meine Stämme hier über allgemein rausziehen. So, dann gehe ich jetzt hier in den Forst. Ah, ich habe das schon geändert, die Fahrrichtung. Okay. Dann werde ich das jetzt. Hat er noch irgendwelche Stützen, die ich auch fahren kann? Und Typhoon, alle Löwen. So. Dann gehe ich. Dann können wir hier den Köln noch ran machen. Noch noch? Ende. Ab an. Winde. 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 ... 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 ziehen wir die stämme jetzt alle raus hier ich kann die ja immer noch klein sehen so ziehen wir die raus hier warte mal ich muss mal kurz was gucken und So sieht auch schon mal ganz gut aus, ich schaue noch mal die Umleuchte an, das sieht er besser aus. Jetzt zieht die auf jeden Fall her, ist gut. So sieht es gut aus, ich schaue noch mal die Umleuchte an, ich schaue noch mal die Umleuchte an. So sieht es gut aus, ich schaue noch die Umleuchte an, ich schaue noch mal die Umleuchte an, die Umleuchte an. So stehe ich mich mal hier hin, zack, wieder runter. So, die nächsten Stämme holen. Hier, 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 schon soweit. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Okay. So weiter und sonst Leute was habt ihr so am Wochenende vor, ich werde mich mit ein paar Kollegen treffen, vielleicht machen wir noch mal wieder eine Larmparty oder so, mal schauen und sonst mit den schönen Reifen aufziehen und so, Arbeit war auch ganz okay, jetzt, ja, gibt nicht so viel Neues, jetzt sehen wir mir gerade, ja, deswegen, ja, kann ich die eigentlich auch messen, 100% Tanne, okay, wenn ich jetzt diese kleinen Stuppen mir, okay. 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 Na ja, da wollen wir ranziehen. Mal schauen, ob das noch funktioniert hier. Wäre natürlich cool. 10 Tönery auf jeden Fall, das wäre schon mal gut. Aber na ja Leute, ich würde sagen, wir machen hier erstmal im Spiel eine Pause. So, das war's denn für diese Folge. Zum Schluss entschuldige mich nochmal, dass die Folge so spät kommt. Tut mir sehr leid, in Zukunft wird das auch wieder normal kommen. Ich würde da, ja, Zeit halb genug habe ich eigentlich, weil wenn ich da Kopfschmerzen hatte, na ja, ich fühle mich jetzt nicht extra rechtfertigen, hätte ich auch vorher machen können, ja, aber na ja. Ja, das war's denn für dieses Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, wenn ja, zeigt mir es mir auf jeden Fall mit einem Daumen hier nach oben. Wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt, lassen Abo da und aktiviert die Glocke. Empfehlt den Kanal auch gerne euren Freunden, Kollegen, Verwandten weiter, wenn die ähnliche Interessen haben, diese Videos so zu gucken oder sowas gucken. So, in diesem Sinne würde ich sagen, ein wunderschönes Wochenende. So, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, euer Benni auf meinem Kanal Hamburg Let's Player. Tschü tschü.